Das ist ein Kulturgut, liebe Säule. In meinem Glück, da hätten wir ja 60 gewesen in dieser Woche, die wir anstehen. Und die haben wir uns auf jeden Fall gegrübt. Ja, wir haben uns auf jeden Fall gegrübt. Er hat einen Kaschmir, weiß nicht, einen Kaschmir-Saphir gegen den Zaila-Saphir ausgetauscht. Er durfte ja ihren Verlobungsring frei wählen. Er hat für die Zaila-Saphir entschieden, was ich... Thomas, war das unnommatisch? Ich frage das einfach doch. Wir haben hier lange, lange, lange nicht in der Creation gesehen. Wir haben das eine oder andere Mal so eine kleine Präsentation von vorkonfektionierten Schmuckstücken, wer auf der Suche ist. Nach der Variante, die maßgeschneidert auf die individuelle, persönliche, ideal abgestimmt ist, für den ist das jetzt die Chance. Wir zeigen Ihnen ein Schmuckstück in Rosigold. Aber natürlich, natürlich sieht er auch in Weißgold oder Gelbgold ganz, ganz, ganz bezaubernd aus. Wer ihn für sich verbuchen möchte, das ist ein wertvoller Rinder. Wir gehen trotzdem gleich auf 6.999 Euro. Wir steigen damit ein in diese Auktion und wir zeigen Ihnen einen Saphir, der die Edelsteine-Liebhaberinnen und Liebhaber weltweit in Ekstase versetzt. Und das sieht man schon ganz unten, warum. Es ist ein unglaublich offenes Blau. Der Saphir als klassischer Typ 2 Edelstein ist bekannt für seine Seite. Hier sehen wir nichts außer einem lupenreinen Edelsteinkörper. Ein komplett makelloser, lupenreiner Zeiler und Saphir in Kombination mit weißen Diamanten. Auch hier jeder Menge, jeder Menge, 585er Gold ist die Auktion jetzt eröffnet. Und weißt du was, Zoe? Wir gehen auf 3.999 Euro. Eine Sache haben wir damit klargestellt. Die heiße Phase der Runde ist jetzt schon eingeläutet. Es ist ein Traum. Und wenn es vor allen Dingen so zeigt, wenn es vor allen Dingen so zeigt,